All we are saying is give peace a chance. So, wir sind hier heute, haben uns zusammengefunden für einen ganz speziellen Wodcast für die Weltkompakt. Matze, zu meiner rechten Seite, erzählt jetzt mal ganz schnell, worum es geht. Matze, warum sind wir hier zusammengekommen? Ja, Yoko Ono hat die Plastic Ono Band wiederbelebt und hat jetzt ein neues Album aufgenommen. Und die Plastic Ono Band fing an zu existieren mit dem berühmten Bad In, wo John Lennon und Yoko Ono zusammen give peace a chance gesungen haben. Und das wollen wir heute jetzt auch tun. Okay. Ristor, was ist dein Part? Mein Part ist eigentlich nur, den Text zu halten und ein bisschen mitzuschunkeln. Ist ja auch wichtig, ne? Auf jeden Fall, ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir werden Ihnen heute und euch allen mal was vorsingen. No? Ich halte jetzt hier einfach mal das Mikro und... Fangen wir an, ne? Wo fangen wir an? Da. Bei drei? Drei. Eins, zwei, drei. Everybody's talking about bagism, dragism, bagism, shagism, dadism, prismism, ism, ism, ism. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Everybody's talking about revolution, evolution, masturbation, castration, United Nations, congratulations, maybe, maybe, all we are saying. Yay! Thank you. Yay! 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 Untertitelung des ZDF, 2020